Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, Two Point Campus geht weiter. Wir wollen ja ein bisschen was hier schaffen und wir wollen das neue Studienjahr vor allen Dingen dann auch starten. Wir werden erstmal noch den, was wollen wir einstellen? Kosmischen Expansionsdozenten einstellen. Das müsste einer von diesen beiden hier sein. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Hervorragende Körpergrinder, wir nehmen dich auf jeden Fall. Zack und du sollst keine Nachhilfe, keine Forschung machen, nur Vorlesungen. Damit haben wir dies auch geschafft, aber was mich ein bisschen stört, ist, dass wir halt nicht weiterkommen bei den verbesserten Objekten. Das werden wir aber ganz schön erinnern und zwar passt mal auf. Wir gehen erstmal hier in das Zimmerbearbeiten rein und werden dieses einmal verkaufen. und neu reinsetzen. So, das gucken wir rum. So rum, genau. Und das werden wir dann einfach nur reinsetzen. Zack und damit haben wir das fertig und können es einfach upgraden. Damit haben wir jetzt nochmal zwei Upgrades hinzugewonnen. Bei dem genau das gleiche. Da werden wir es verkaufen, bearbeiten und neu reinsetzen. Zack. Wie gesagt, die monetären Mittel haben wir. Und hier kann es dann auch einfach aufgerüstet werden. Das sollte jetzt schon reichen, bin ich der Meinung. Mehr bauen müssen wir ja eigentlich nicht. Wir bräuchten zwar eine Seelsorge. Da bin ich bloß am überlegen, wo wir die hinpacken könnten. Und dann dann irgendwo hier mit rein. Wir kriegen nächstes Jahr 85 Studierende. Äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 120. Äh, nochmal 20 dazu. Sind wir bei 140. Ich sollte mir das jetzt endlich mal aufschreiben. Das mache ich mal. So, ganz oldschool-like. Zettel, Stift. 140. Und dann schreibe ich mal Universe City noch mit dazu. Sonst weiß ich ja gar nicht, warum ich diesen Zettel hier habe. So, haben wir. Das heißt, wir werden, ja, wir werden mal gucken, ob wir vielleicht doch noch eine Seelsorge bauen könnten. Dafür bräuchten wir aber, guckt mal hier, haben wir. Kriegt schon nicht tot, bewegt sich langsamer als der Durchschnitt. Na, das ist doof. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Schlechte Körperhygiene. Würde ich ja fast noch akzeptieren. Dann nehmen wir dich. Und du sollst nur die Seelsorge machen. Nichts weiter. Kein weiteren Krimskrams. So, dann bauen wir erstmal uns eine Seelsorge. So, Seelsorge. Zack. Und die Seelsorge. Groß muss sie sein. Dreimal 3. Die würde auf gar keinen Fall hier passen. Also, werden wir sie doch hier reinbauen. Hier drüben. Hm. Das passt hier nicht hin. Hm. Ich baue sie erstmal so. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt oder ob wir da noch was ändern müssen. Bin ich mir noch gar nicht so sicher. Beziehungsweise so werden wir sie bauen. Eine Tür. So, wir brauchen eine Tür. Obwohl, machen wir dann eins weiter. So, eine Tür. Und dann werden wir hier ganz viel von diesen großen... Oh Gott, ist das laut auf meinen Ohren. Und dann werden wir hier ganz viele von den Schränken hinbauen. Schade, dass der... Nee, der passt ja gar nicht drin. Dann machen wir was anderes. Und wenn wir den so mittig setzen... Das Fenster hätte ich trotzdem... Einige. So. Das finde ich ganz gut. Hier ist auch noch ein Tisch hier mit hin. Oh, das passt. Und dann hätte ich gerne noch eins daneben. Gibt es nicht noch ein anderes? Ich hätte gerne mit einem anderen... Oberfläche. Die hätte ich gerne. Okay, dann müssen wir die jetzt alle löschen. Die haben immer so unterschiedliche Oberflächen. Und deswegen möchte ich die hier haben. So. Das sieht doch gut aus. Dann gibt es ein großes Bild drüber, denke ich mal. Ich wollte aber noch eine Pflanze. Einmal. Zweimal. Und hier hinten könnten wir auch noch mal Bücherregale hinstellen. Zack. Und dann... Das war das Falsche. Oh, was habe ich gemacht? Ich wollte das hier kopieren. So. Dann wollte ich... Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte Bilder haben. Bilder, die hier wunderschön reinpassen. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir einen Leimer. Paravan ist ja eigentlich auch immer ganz hübsch, aber... Der passt jetzt hier nicht so wirklich rein. So. Sehr schön. Haben wir ein Seelsorgezimmer. Das sollte für unsere Studierenden auch ausreichen. Was ist mit dir? Lässt Müll fallen? Die sind aber beide nicht so prickend. Gut. Wir starten erst mal ins neue Studienjahr. Obwohl, wir könnten jetzt auch Clubs schon mal anfangen. Das machen wir. Wir machen jetzt mal Clubs. Da hatte ich ja gesagt, die würde ich gerne hier mit reinbringen. Beziehungsweise hier könnten wir die auch. Hier würde es auch gut passen. Wir machen es mal auf der Seite. Das finde ich besser. Dann gucken wir mal, dass wir die Clubs mit reinbringen. Wir müssten dafür in die Außenunterhaltung gehen. Beziehungsweise Außenobjekte. Club-Objekte. Wir fangen mal an mit dem Powernap-Club. Eigentlich ein banales Thema. Ich weiß, aber eins muss ich mal loswerden. Die werden wir. Wie wollen wir die das machen? Aber der Snack schlechthin sind eindeutig Grub-Grubs. Aus echten, natürlichen, todesverstaubenden Insekten. Sieht das gut aus? Aber ich fahre total auf den dezenten Geschmack ab. Die Lieferzeit beträgt zwar ein paar Monate, aber hey, ich finde, das sind sie definitiv wert. Wie haben wir es denn mit der Frisma-Legge gemacht hier? Das haben wir so gemacht, mit so kleinen Sitzgelegenheiten. Dann machen wir es auch. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal, dass wir das auch so machen. So. Dann benötigen wir aber die Hecke. Das ist jetzt eine hohe Hecke. Gibt es auch noch kleine Hecke? Hier die kleine. Haben wir die hier auf dem... Nee, innerhalb des Rahmens haben wir sie gesetzt. Okay. Und da haben wir sie gar nicht, sondern haben wir sie bis zum Rand gelassen. Okay. Das haben wir jetzt hier natürlich nicht. Das heißt, wir müssen die umsetzen. Und dann müssen wir das hier aber auf jeden Fall auch noch ändern in den hier. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Dann müssen wir das nochmal so machen. Aber wir sind wie hier mit vorangegangen. Das ging rein. Das ging okay. Okay, 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 okay. Dann macht das Sinn. Dann müssen wir den Rasen hier auf jeden Fall unter das Haus noch mit reinsetzen. Das ist so. Und hier müssen wir das so setzen. Dann macht das mehr Sinn. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Und wir brauchen den Zaun nochmal. Die Hecke besser gesagt. So. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das hier einmal wegschnitzen. Und schade, dass wir die nicht einfach kopieren können, das ganze Ding. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das müsste doch jetzt gehen, dass wir da was Schönes draus zaubern können, oder? Das müsste doch gut aussehen. Sehr schön. Können wir sogar noch bei der Hecke eins mehr machen. Eigentlich sogar zwei mehr. Zack. Ja. So gefällt mir das gut. Dann hätte ich hier vorne gerne noch... Mülleimer brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das wird nicht passen. Das wahrscheinlich auch nicht. Nee. Schade, dass die nicht passen. Also außer wenn ich sie nach... Hier hinten. Da würde es passen. Da würde das passen? Das ist ja doof. Wir kopieren uns mal die hier und setzen die mit hier hin. So. Und so. Und dann brauchen wir noch Mülleimer. Da können wir uns dann die hier draußen auch kopieren. Dann setzen wir halt hier die Mülleimer hin. Einmal. Und zweimal. So. Und dann könnten wir ja hier... Eins. Und zwei noch hinbacken. Sehr schön. Gibt es denn hier noch was zu essen, trinken? Nee, da gibt es wirklich nur diesen... ...Eiscreme-Van. Passt mal auf. Dann machen wir es noch anders. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, das passt ja. Genial. Und der braucht nicht mal ein... Der braucht nicht mal einen Assistenten. Oh, das ist gut. Das machen wir so. Sehr schön. Gut, dann starten wir ins neue Studienjahr. Folgejahr starten. Wir lassen das mit den Studienpunkten erst. Ne, wir gucken mal. Was müssen wir denn machen? Da müssen wir nichts machen. Da müssen wir nichts machen. Und dann werden wir die... ...so lassen. Und dann... Also mit reinnehmen. Eine Stufe höher. Und dann geht es ins Folgejahr. Sehr schön. Oh, das sieht gut aus. Super. Studentenzufriedenheit sinkt gerade ein bisschen. Ist jetzt aber nicht so das Problem. Wir bräuchten auf jeden Fall für unsere Schlafleute hier, die dann in den Clubs wollen. Auf jeden Fall ein paar von diesen Schildern hier. Das können wir ja schon mal machen. Da könnten wir zum Beispiel hier hinten... ...ein so ein Schild reinbringen. ...einmal... ...hier vorne geht es nicht. Da geht es auch nicht. Die hatten wir schon recht gut gebaut. Aber hier vorne müsste es noch gehen. Ne, auch nicht. Dann müssen wir hier mal ein bisschen umdisponieren. Dann müssen wir den hier rausnehmen. Und da dann... ...ein von denen hin tun. So. Das sieht gut aus. Da setzen wir noch einen hin. Und hier hinten auf jeden Fall auch. Da können wir hier vorne nehmen. Das sind Sätze und da passt das ganz gut. So. Und hier hätte ich auch gerne noch einen. Einen Schlafschaf. So. Das sieht auch gut aus. Haben wir das überall mit drin. Genau. Hier haben wir einen mit drin. Eins. Da haben wir mit drin. Zwei. Hier haben wir eine mit drin. Hier vorne. Und hier auch in jedem Gebäude möchte ich das gerne mit drin haben. Und später auch verteilt außerhalb. Hier haben wir noch keins. Das ist schlecht. Das müssen wir noch machen. Damit wir dann alles haben von unseren Clubs. Wenn wir jetzt anfangen mit den Clubs, müssen wir da von vornherein rigoros sein. Und da wirklich gut mit hinterher sein. Dann können wir ja hier hinten eins reinsetzen. Und wir werden hier auch nebenbei noch ein bisschen was bauen. Gewinnen ist momentan nicht ganz so dolle. Aber das sollte kein Problem sein. Warum bist du jetzt hier? Was hast du für ein Problem? Ah, da kommt der Müll einmal her. Den habe ich jetzt aber nicht dahingetan. So. Wir werden mal noch ein paar Sachen hier platzieren. Und zwar erstmal ein paar Fenster hier. Dann sieht das alles viel, viel schöner aus. Und die Ständen sind da zufriedener. So, da können wir es so und so noch hinstellen. Und das Raketenprojekt kann noch abgegradet werden. Das werden wir machen. Einmal hier. Und einmal. Das haben wir schon. Das ist schon. Das wird schon. Und hier wird auch schon alles. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Die Studenten sind zufriedener. Wir brauchen aber noch ein bisschen Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit wollen wir uns jetzt holen. Wir werden einen Automaten hier hinstellen. Und da auch noch eine kleine Sitzgelegenheit. Da hatten wir ja hier die Hinken schon fertiggestellt. Also konfiguriert. Ja, aber das gefällt mir hier nicht mit dem Fenster. Das müssen wir ändern. So. Und dann brauchen wir noch den Teppich. Und dann einen Mülleimer auf jeden Fall dann noch. Zack. So. Und dann könnten wir da auf jeden Fall noch ein Bild hinhängen. So. Und wir brauchen hier noch was zu trinken. Und anschließend so. Wasserspender. So. Dann können wir ja hier noch ein bisschen Unterhaltung sorgen, indem wir Automaten aufstellen. Mein Gott, hört der jetzt mal auf, hier der Bildschirm zu wackeln. So kann ich doch nicht arbeiten. Und dann Telefon gerne dazwischen. Haben wir Unterhaltung auf jeden Fall. Und dann könnten wir noch ein paar Bilder aufhängen. Gibt es denn hier den Filter, dass man nur Bilder aufhängt? Genau. Hier Bilder. Das will ich haben als Filter. So. Die sehen auch alle ganz cool aus. Das haben wir. Also das war ja eins von den Paranormalen. Ne, das will ich nicht. Mein Filter ist jetzt wahrscheinlich wieder draußen. Ja, natürlich. Filter bitte drinnen lassen. War noch nicht fertig, meine Freunde. Das hatte ich jetzt hier. Na doch, komm. Dann machen wir halt die Geisterdinger hier auch mal rin. Und dann machen wir hier hinten nochmal einen Wasserspender rein. Ein Bild passt aber noch hin. Wir müssen uns noch ein hübsches Bild aussuchen. Mit dem Käse hier. Käse passt immer. Zack. Und dann ein Mülleimer da hinten noch. So. Dann haben wir das auch. Bilanz sieht gut aus jetzt. Hier müsste Attraktivität gut sein. Sehr schön. Freut mich. Medizinisches Problem. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern. Hier können wir das ist jetzt auf dem höchsten Stand. Wir müssen unsere Studentensufriedenheit erhöhen. Wir müssen ganz viel für die Umgebung noch machen. Oder wir könnten natürlich auch noch schauen. Wir werden jetzt hier mal anfangen ein paar Blumen hochzusetzen. Wir hatten doch hier wunderbar bei den Pflanzen und wir setzen wieder auch Ritensien. So. Den haben wir und dann hätte ich gerne das in Pink. Super. wirklich lieber wenn unsere kleine Community so klein wie möglich bliebe. Dann könnte uns die Masse nie vom coolen Underground in den Hüten nicht gut ziehen. Mein Traum wäre ja hätte ich gerne so eine Liebestrompete. Beziehungsweise was haben wir denn noch feines? Was ist das denn? Ein Riesenrad Liebesbeziehung. Ah. Oh mein Gott ist das riesig. Oh Gott. Das setzen wir hier hin. Und dann gibt es doch diese Spacebank hier, oder? Sitze. Hat mir nicht für hier draußen Spacebank? Okay. Hätte ich jetzt erwartet. Dann Laternen. Jetzt bist du eigentlich eine Biosphäre und bist ein bisschen sehr groß. Was haben wir denn noch hier Feines? Na, das gefällt mir alles nicht so. Aber die Laterne, die fand ich immer ganz cool. Wir machen die Laterne. So. So. Raketenbeschilderung. Neues Objekt freigeschaltet. Als ich als Junge einst Universe City besuchte, kaufte meine Mutter mir als Souvenir einen Füller, der nie richtig funktioniert. Und nun haben sie sich auf die Stelle dieser eindeutig an die Foxbridge gestimmten Institution geschlagen. Werde ich das als persönlichen Affront sehen? Schwer zu sagen. Wir haben den zweiten Stern Universe City und damit 20.000 Dollar und 150 Kudoschpunkte bekommen. Sehr schön. Wir müssen, was müssen wir denn für den dritten Stern machen? Insgesamt 1,5 Millionen Durchforschung verdienen. Fände ich super. 50 Weltraumbrocken abbauen. Gut, das ist gar nicht so das Problem. Studenten machen den Abschluss mit Note A plus und die Campusstufe auf 28. Na, das geht ja alles. Das sind ja alles Sachen, mit denen ich super gut klarkomme. Also sehr gut. Das werden wir hier zwischenbuchen. Okay, naja, das kriegen wir hin. Wir wollen ja eh alles verschönern. So, dann machen wir das mal. Dann möchte ich hier draußen auf jeden Fall eine Bank haben. Und ich bin aber überlegen, eigentlich müssten wir die Bänke hier bauen. Die passen mit am besten. Oder wir bauen die hier. Nein, das passt gar nicht so da rein. Dann nehmen wir das so. Zack. Und dann gibt's hier Mülleimer. Wo sind denn die Mülleimer? Hier ist ein Mülleimer. Den werden wir hier mit hinpacken. Und hier. Und das ist zu nah. Wir müssen hier verschieben. Wir müssten ihn dahin verschieben. dann werden wir das mal machen. So. Ja, das sieht gut aus. Und dann gehen wir hier weiter. Zack. Und jetzt wieder einen richtig schönen Campus hier. Zack. Hier gibt's auch noch einen Mülleimer. Da könnten wir allerdings hier zwischendrin überlegen. Hier. den und den weg machen. Das war da. Dann eine Liebestrompete hinmachen. Zack. Schild sieht auch gut aus. Oh, es ist riesig. Das ist ja riesig. Krass. Was könnten wir hier hinmachen? Da passt das wunderbar hin. Das machen wir vor allen. Zack. Und dann haben wir noch eine hier gehabt. Wo ist sie? Wo ist die? Da. Sehr cool. Das ist genial. Sehr schön. Hier haben wir jetzt also ein bisschen was schöner. Das gefällt mir. Ich finde sowas immer super, wenn wir so viel verschönern können. Hier draußen bin ich gerne. das sieht komisch aus. Das sieht irgendwie fancy aus. Das machen wir mal. Irgendwas hat das. Das sieht echt cool aus. Wenn der Bildschirm offen würde zu backen siehst so was kommt davon. Und dann müssen wir das hier wieder rein machen. Das hat wirklich was. Das machen wir. Diese Dreiecke hier vor der Tür. Können wir machen. Dann müssen wir den hier aber auch noch kopieren. und unser Campus hat hier wirklich einen ordentlichen leer mittlerweile. Also man sieht wirklich wie viele hier unterwegs sind. Das sieht echt schön aus. so das haben wir hier drüben sind die auch drauf. Okay das heißt hier unten da müssen wir noch da können wir auch noch dann den Rasenboden verlegen. Sehr schön das haben wir und hier müssen wir das noch machen. Ganze Zeit nur hier am dekorieren. Wie wir hier gebaut haben heute nicht aber ist halt so. Das muss auch mal sein. Wir haben ja viel verschönert so ist es ja nicht. Zack und zack das haben wir hier hinten kommt noch zack und zack und auch da wieder ein bisschen Rasen drumherum und hier vorne haben wir auch noch was zack zack und zack 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 und da auch wieder so diese kleinen Objekte immer so mittendrin oder am Rand besser gesagt die bringen halt echt viel Attraktivität auch also wenn man sowas alles verschönert wir können uns ja mal den Attraktivitäts Hub angucken also guckt euch das an hier hier alleine nur dadurch haben wir den ganzen Eingang wirklich aktiv gemacht und hier hinten also das ist hier wunderschön alles das sieht alles sehr sehr gut aus sehr schön halt einfach hier vorne haben wir das hier müssen wir das noch machen und dann haben wir es für die Folge auch durch oh was wir noch gar nicht gemacht haben müssen Forschungsobjekt starten wir werden Abfall im All starten dann hier noch schnell das mit reingebracht zack 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 und dann geht es hier mit der Blume noch weiter oder diesen Pilz besser gesagt das ist ja das sieht ja aus wie ein Pilz so dann kann man hier vorne uns sogar noch überlegen ob man noch irgendwas anderes mit dran pflanzen sehr schön Campus Stufe wie gesagt 20 wir haben jetzt mittlerweile 26 Weltraumbrocken schon abgebaut die hier können wir verkaufen die Dinger die will ich jetzt erst mal nicht haben und hier hinten ist nichts weiter was wir gebrauchen können hier vorne war auch alles schicke die kleinen Weltraumbrocken die werden ja auch abgebaut das hier will ich auch nicht haben der ist noch im Weg sehr schön sieht doch aber schon richtig richtig gut aus wir haben noch ein paar Gebäude also hier da muss noch Leben mit rein Essen trinken und so weiter da müssen wir uns noch drum kümmern aber ansonsten ist das wirklich sehr schön wir werden Kudosch und so wir bauen jetzt alles von Augen nach unten ab das machen wir jetzt Bilanz sieht super aus Gesundheit Inspektion und so weiter auch alles gar kein Problem Freunde also was das angeht das macht sich hier alles richtig richtig gut wir könnten jetzt noch weil wir ja wissen dass wir mit dem dritten Stern jetzt keine Upgrades mehr fahren müssen werden wir uns aber hier die Upgrades holen das ist hier noch was das ist schon fertig hier hinten aber die müssen wir noch genau wir müssen sie nicht fahren in dem Sinne dass wir jetzt sagen wir haben eine Quest wo wir so und so viele Upgrades machen müssen sondern wir haben ja jetzt nur das mit der Kampfungsstufe und da zählen ja auch die Upgrades unter anderem mit rein und die Fachkräfte und hat man nicht alles gesehen also da sieht das alles ganz gut aus sehr schön ich bin sehr begeistert Studienjahr ist auch bald um doch haben wir ganz schön gemacht wie gesagt die Clubs sind jetzt hier mit drin da werden wir dann nächstes Jahr noch den neuen Club mitnehmen also in der Sommerpause packen wir dann wieder einen mit rein und natürlich werden wir jetzt die nächsten Tage hier beziehungsweise nächsten Let's Face damit verbringen dass wir hier einfach viel verschönern wir müssen unsere Campusstufe wie gesagt aufrüsten wir können ja mal gucken was wir im neuen Studienjahr machen müssen nichts hier müssten wir einen Raum mehr machen und zwar die Antigravitationskammer und wenn wir das noch machen müssten wir eine studentische Kraft mehr äh eine Lehrkraft mehr einstellen ja das machen wir und dann können wir das dann im nächsten Jahr machen wir haben über eine Million das ist alles nicht so das Problem Campusstufe 21 guckt euch das an und wieder 10 Studiengangpunkte mehr super eine Klinik können wir uns noch holen im nächsten letzten äh in der nächsten Folge wir haben was das angeht noch ein bisschen was vor uns aber auch nicht mehr so viel das ist wirklich hier sehr überschaubar das längste wird dauern die Campusstufe halt hoch zu kriegen ansonsten also ich glaube die Campusstufe werden wir erst nach den Forschungsprojekten fertig kriegen aber alles noch im grünen Bereich ja und mit den Worten Freunde der Sonne gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal vergesst nicht abonnieren kommentieren liken würde ich mich immer sehr drüber freuen ja und wir sehen uns wieder im nächsten Mal ciao ciao